Hallo zusammen, hier ist Wiedeutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Erfolg, das wir unter Erkunden und dann Battle for Azeroth finden und zwar heißt er Hellsehenswürdigkeiten und für diesen müssen wir 100 Schätze mit Hilfe eines Seersteins in Nassiatar finden und wie das funktioniert, will ich euch mal zeigen. Als allererstes braucht ihr hier diese Seersteine. Wenn ihr ein bisschen durch Nassiatar gequestet habt, beziehungsweise ein paar Mobs getötet habt, dann werdet ihr schon einige von den Rumliegen haben. Ich habe jetzt etwa 7 oder 8 während dem Questen bekommen, heißt von Rare Mobs, von Elite Mobs gibt es die, von Quests könnt ihr die kriegen, also ihr habt sicher ein paar Rumflacken und die solltet ihr aufheben, bis ihr fliegen könnt und dementsprechend euch diese Achievement dann wesentlich einfacher macht. Als kleinen Hinweis, wenn dann nehmt ihr hier einen Druid, damit könnt ihr nämlich die Kisten während dem Fliegen aufmachen, beziehungsweise sie während dem Fliegen suchen oder ihr holt euch ein Schmiede-Item und zwar gibt es da ein Item, wo ihr quasi während ihr fliegt mit Sachen interagieren könnt und das müssten hier das hier sein, genau. Zwei Stunden an Interaktion beim Reiten in Kutiras und in Zandala und da zählt quasi auch hier Nassiatar mit rein und das ist das monolithgehärtete Steigbügel-Sindi. Kosten nicht viel, wenn dann von einem Schmied machen lassen oder direkt aus dem Auktionshaus kaufen. Genau, wenn ihr das soweit habt, dann fliegt ihr am besten hier hinter in die Stadt und dann setzt ihr hier euren ersten Seer-Stein ein und wenn ihr den eingesetzt habt, habt ihr hier einen Buff. Und jetzt müsst ihr ein bisschen rumfliegen und schauen, bis hier so ein Button kommt und mittels dem Button, wenn ihr den drückt, dann geht euer Counter hier einmal hoch. Ich habe schon eine gesammelt und ihr könnt quasi so eine Kiste aufmachen. Der Counter geht schon hoch, wenn ihr dementsprechend den Seer-Stein einmal gedrückt habt. Jetzt habe ich hier so einen blöden Nagel, den range ich jetzt kurz aus. Ihr müsst die Kiste theoretisch nicht aufmachen, solltet es aber, weil aus der Kiste kommen einige lustige Sachen raus und ihr kriegt zusätzlich auch Buffs, wenn ihr die Kiste aufmacht. Ein Buff ist hier der mit der Geschwindigkeit, 150% mehr Movement Speed oder ein Buff ist hier keine Sicht und den braucht ihr auf jeden Fall. Jetzt seht ihr nämlich auf der Karte, haben wir überall Punkte und da seht ihr, wo diese Schätze quasi vergraben sind und ihr müsst jetzt nur noch die Punkte abfliegen. Und ihr seht, bei mir ist gerade das E-Chiefen aufgeploppt, habt ihr 100 aufgemacht, habt dafür jetzt, ich meine, vier von den Augen oder fünf von den Augenteilen gebraucht. Heißt jetzt nicht sonderlich viele, ja. Dementsprechend, wenn ihr ein paar zusammengefarmt habt, könnt ihr hier einfach die eines nach dem anderen einsetzen. Wichtig, wie gesagt, Fluggestalt vom Druid oder halt bei jeder anderen Klasse diese Steigbügel sich holen. Was auch noch ganz praktisch ist, sich ein Makro zu machen. Und zwar habe ich mir da ein Makro gemacht, das kann ich euch auch mal in die Infobox packen, das heißt einfach Click Extra Action Button 1. Das ist quasi dieser Action Button, den ihr seht, wenn ihr quasi über so ein geheimes Teil drüberfliegt. Dann müsst ihr den halt nicht mehr anklicken, sondern habt ihn quasi, könnt ihn euch in die Leiste ziehen, und habt ihn gebeindet. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. So habe es ich zumindest jetzt gespielt. Und ja, wie gesagt, ich packe euch den einfach in die Infobox rein und dann könnt ihr euch das Makro mit rauskopieren. Das war es eigentlich auch schon wieder. Theoretisch findet ihr die Dinger in ganz Nassiatar. Ich habe jetzt gesehen, dass man hier ziemlich viele findet. Also da würde ich euch empfehlen, dass ihr hingeht. Und die spawnen auch relativ schnell nach, nach etwa 5 Minuten. Heißt, wenn das Ding ausläuft, dann könnt ihr dementsprechend schon wieder die beim nächsten Seer-Stein schon wieder das nächste aufsammeln, was am gleichen Spot stand wie das davor. Genau, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.